Weltraum-Einwirkung, wir sind am Weltraum angekommen, da oben ist der Weltraum. Wir haben es geschafft. Moins und herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Immer noch nicht included, meine Güte ey, was machen die eigentlich mit diesem Spiel ey, dass das immer noch nicht included ist, ich verstehe das gar nicht, ja. Unglaublich, Frechheit. Geld zurück. Nein, alles ist, alles ist wie es sein soll, alles ist wie es sein soll. Wir sorgen selber für Sauerstoff. Das Problem haben wir ja beim letzten Mal ganz gut gelöst. Wenn ihr nochmal sehen wollt, wie ich das Problem jetzt gelöst habe, mit dem Sauerstoff rechts oben in der Ecke auf YouTube ist immer die komplette Playlist verlinkt. Soll an der Stelle auch mal gesagt sein, ja. Und wir haben jetzt ein anderes Problem, und zwar der Wasserstoffstrom. Da muss mehr verbraucht werden, der staut sich nämlich schon. Und ich habe jetzt von euch den Hinweis bekommen, ich soll doch mal mehr die großen Kabel einsetzen. Und nicht immer nur diese kleinen Mini-Kabel, die immer so schnell überlasten. Deswegen haben wir jetzt hier das stärkste Kabel genommen, was geht, nämlich das starke Leiterkabel. Ja, da können wir 50 Kilowatt durchleiten. Meine lieben Freunde, da können wir im Grunde eigentlich alles ranhängen, von Kraftwerken, was hier ist. Und könnten uns diesen ganzen Schnodder hier, den könnten wir uns sparen. Ich hänge jetzt aber erstmal nur den Wasserstoffstrom da dran, weil, ja, weil ich es kann. Genau, deswegen bauen wir hier jetzt gerade schon dieses starke Leiterkabel, die bauen wir übrigens aus Blei, weil die Temperatur ist da nicht ganz so wichtig. Deswegen habe ich jetzt das mal aus Blei gebaut. Und Blei haben wir nämlich reichlich, das brauchen wir auch aktuell nicht für irgendwas anderes. Deswegen Leiterkabel aus Blei, müssen wir nicht extra irgendwie Kupfer produzieren oder veredeln oder irgendwas machen, weil es ist ja auch energieaufwendig. Und dann, genau, haben wir das gleich direkt sinnvoll genutzt. Und ihr seht, ich power jetzt hier diese ganzen Anlagen, die jetzt hier auch über dem Wasserstoff bisher gelaufen sind. Die power ich dann jetzt auch direkt über den Wasserstoff mit dem Starkstromkabel. Und wir hängen da natürlich auch noch mehr dran jetzt, ne. Also da kommen dann auch noch andere Anlagen hin, die wir dann auch noch mit ranhängen. Hier zum Beispiel einen weiteren Luftreiniger. Der mir ist nämlich aufgefallen, zum einen pumpen wir natürlich unser CO2 mal schön fleißig in diesen Raum hier rein, was ja auch gut ist. Und da ist ja auch ein Luftreiniger, das funktioniert ja auch alles. Problem ist, wir haben auch CO2, das nicht abgesaugt wird und in den Raum um reinkommt. Also was sich dann quasi hier unten in der Base ablagert. Der tiefste Punkt ist aktuell der hier. Und da haben wir jetzt schon eine ordentliche Menge CO2 am Start. 1.559, ja das möchte ich gerne auch reinigen. Deswegen hier an der Stelle nochmal einen zusätzlichen Luftreiniger installiert. Oh, sie haben die Pumpe hingekriegt, das ist perfekt. Und den hier auch, sehr gut. Dann haben sie den Strang jetzt am Start. Richtig nice. Genau. Deswegen hier nochmal einen Luftreiniger mit, weil wir hier auch nochmal einen Reinigungseffekt haben. Und dann kann sich unser Sauerstoff auch nochmal ein bisschen besser nach unten verteilen. Ist vielleicht langfristig gar nicht so schlecht. Den können wir ja auch wieder abreißen, wenn wir das dann verarbeitet haben. Den müssen wir ja da nicht stehen lassen. Der ist jetzt nur dazu da, zum einen, dass wir ein bisschen mehr Strom noch verbrauchen. Und genau. Ansonsten hatten wir noch den Plan, genau, hier eine Espresso-Maschine in einen Vergnügungsraum zu bauen. Das habe ich jetzt hier oben mal schon gemacht. Und die braucht jetzt natürlich auch noch Strom. Jetzt muss ich nochmal gucken. Lohnt es sich, das jetzt hier noch mit dran zu hängen? 480 Watt braucht die. Die potenzielle Last da unten ist, okay. Ja, ihr seht schon, wir müssen auf jeden Fall noch mehr Verbraucher an diese Starkstromleitungen dranhängen. Beziehungsweise an die starke Leiterkabel die kleineren Trafos dran setzen. Und dann von den kleineren Trafos aus diese Anlagen betreiben. Weil das ist ein bisschen effektiver, als wie wir es jetzt haben. Jetzt aktuell, naja, ist es ein bisschen ineffizient mit den kleinen Trafos und den vielen Zwischenstationen hier. Sagen wir es mal so, das ist jetzt das langfristige Projekt, die Stromversorgung zu zentralisieren, ja. Das ist so ein bisschen der Punkt jetzt. Oh, hier habe ich ja noch Kabel noch nicht abgerissen. Ja, ich kann wieder Leute triggern, indem ich wieder einzelne Kabel abreiße. Das ist natürlich der Hammer. Ich freue mich immer so. Denn der Hass wird immer größer in dir, nicht wahr? Sehr gut. Sehr gut. So, genau. Haben wir das auch mal wieder gemacht. Es muss ab und zu mal sein, ja. Aus was soll ich denn sonst Lebensfreude beziehen, wenn ich daraus... Genau, jetzt wird hier auch die Leitung zum Luftreiniger gebaut. Da kann ich auch jetzt wieder hier die Geschwindigkeit ein bisschen reduzieren. Bäm! Und der läuft jetzt auch wieder hervorragend. Hier sammelt sich... Oh, hier sind wir richtig viel CO2 am Start. Nicht schlecht. Gut, dass wir hier einen Hochdruckabzug gebaut haben. Was ziehst du hier eigentlich ab, kann ich dann da sagen. Genau. Und jetzt wird hier auch demnächst Luft gereinigt. hoff' ich. Es müsste, äh... Wenn sie das hier gebaut haben, müsste es bald soweit sein eigentlich. Und, ähm... Dann haben wir auch diese Baustelle wieder sehr effektiv gelöst. Wie lang ist eigentlich der noch aktiv? Oh Gott, der ist ja nur noch 72 Sekunden aktiv, der... Dampfschlot. Dann wird's interessant. Denn dann kommt hier kein neues Wasser mehr rein. Und die Anlagen hier, die laufen dann trocken. Dann kriegen wir nicht mehr Sauerstoff da unten. Zum Glück ist die Base jetzt, ihr seht es, die ist jetzt schon wieder ganz gut durchgesättigt eigentlich. Das funzt jetzt eigentlich wieder ganz gut. Einzige Problem besteht vielleicht noch hier so ein bisschen. Das könnten wir aber eigentlich auch lösen, indem wir jetzt hier auch einfach mal, ähm... Einen Gasaustauschblock vielleicht noch hier reinsetzen an den Rand. Einen luftdurchlässigen Block. Damit das hier noch ein bisschen nachrutschen kann auch. Damit der Sauerstoff vielleicht... Oder vielleicht auch hier... Der, ähm... Wasserstoff, der hier drin ist, dass der vielleicht auch irgendwie noch mal rauskommt. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, sauerstofftechnisch... Haben wir das Problem jetzt erstmal gelöst. Es lagert sich leider kein Sauerstoff hier ein momentan, weil... Ja, weil... Warum eigentlich? Das ist eine gute Frage. Weil wir den Tank eigentlich woanders hinbauen müssten. Nach der Verteilungslogik müssten wir ihn eigentlich da hinbauen, wo es sich staut. Nämlich hier dazwischen. Weil hier unten nützt er uns nichts. Da fließt es momentan einfach durch, bis sich das hier rückstaut. Dauert das noch eine Weile. Naja. Und jetzt wird ja hier auch gleich die Luft gefiltert. Das heißt, hier unten verschwindet Kohlendioxid. Damit hat der Sauerstoff hier unten wieder Platz nachzurutschen. Oh. Der Tank ist voll. Oh. Jetzt haben wir das nächste Problem. Der Wasserstoff wird hier oben nicht zwischengelagert. Nicht mehr. Ja. Probleme ohne Ende. Das heißt... Oh. Wenn wir da jetzt nicht aufpassen... Ihr wisst, was das bedeutet. Hier oben staut es sich dann zurück, weil der Wasserstoff vorläuft. Hier unten bleibt es dann stehen, weil kein Wasser mehr nachrutscht. Das verarbeitet werden kann. Oh. Oh. Ich sag ja, wir brauchen dringend hier mehr Verbraucher dran. Sonst haben wir ein Problem. Sonst haben wir ein massives Problem. Ähm... Ne, 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 ne. Wie... Was können wir denn da noch ranhängen? Warte mal. Was haben wir denn jetzt hier für eine Maximalauslastung an der Leitung dran? Wir haben 0,48. Das ist viel zu wenig. Wir brauchen da mehr Verbraucher dran. Wir brauchen viel, viel mehr Verbraucher da dran. So, das bedeutet, ich muss gucken, welche Verbraucher können wir denn jetzt noch dranhängen? Warte mal. Wir hätten hier zum Beispiel die Möglichkeit, die zwei Gasfilter noch mit dran zu hängen. Dann würde ich doch mal sagen, zerlegt doch schon mal hier den Block. Und nehmt doch mal hier diese Kabel. Jetzt schön wieder einzeln abreißen. Ja, ganz wichtig. Die nehmen wir mal ab und ersetzen die auch durch ein Starkstromkabel. Durch so ein starkes Leiterkabel, meine ich natürlich. Ja. Das ist ganz gut. Das können wir hier einfach nach oben ziehen. Da haben wir schon mal 240 Watt mehr Verbrauch. Wir müssen dafür sorgen, dass der Wasserstoff nachrutscht. Ganz wichtig. Deswegen muss ich die Verbrauchskapazität da erhöhen an der Stelle. Ich muss das tun. Es gibt keinen anderen Weg. Wir haben kein Blei mehr. Wir haben kein Blei mehr. Alarm, Alarm. Ich muss gucken, wo ich Blei herkriege. Moment. Wieso sind das jetzt so schnell alle gegangen hier? Ich glaube es hakt. Moment. Moment, Moment. Wo haben wir denn noch schnell Blei im Zugriff? Hier. Warte mal. Wenn ich mich hier durchbuddel, dann kommen wir hier schon mal an ein bisschen Blei ran. Das müssen wir jetzt dringend machen. Das muss eine höhere Priorität haben als alles andere, damit sie da schnell in das Material kommen, damit wir unsere Leiterbahnen schnell ausbauen können. Aus was habe ich denn da jetzt die Leitungen gebaut, wenn da jetzt gerade das Alle war? Stahl. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht aus Stahl bauen. Ganz wichtig. Auf gar keinen Fall hier das bauen. Wir warten mal ganz kurz bis... Mit den Abrissaktionen warten wir mal auch noch ganz kurz. Wir müssen erst mal mehr Blei abbauen, bevor wir da die Kabel weiter ausbauen können. Ganz wichtig. Hier ist auch noch so ein bisschen Blei eingeschlossen. Da so. Da und da. Hier sind sogar noch ein paar Algen. Ich überlege gerade, ob es sinnvoll ist, vielleicht hier ganz nach unten zu bauen eine Leiter. Warte mal. Und dann vielleicht sich auch so ein bisschen dahin noch vorzuarbeiten und dahin vielleicht auch noch. Dass wir uns hier so schräg runtergraben und dann hier noch so rein. Oder wir lassen sie das jetzt hier lösen mit Schutzanzügen. Das könnte auch gehen. Ich glaube, das ist sogar besser, wenn wir das so lösen. Auch mit dem Zugang in diesen Raum hier oben. Dann bauen wir von unten nach oben einfach eine Leiter. Und dann ist das hier nämlich auch Schutzanzuggebiet. Dann brauchen wir diese Türen hier nicht mehr. Behaupte jetzt mal, dass das schlauer ist. Können die hier rauf wieder? Ich mache mal sicherheitshalber da eine Leiter hin. Nicht, dass sie dann da wieder hängen bleiben an der Stelle. Wir brauchen mehr Blei, meine lieben Freunde. The Quest for Blei. Sonst ist alles vorbei ohne Blei. Ohne Blei ist hier alles vorbei. Hier ist ganz viel Blei. Da müssen wir eigentlich auch mal hin. Ich baue mal. Ich baue mal hier drüben einen Ticken rüber. So. Die Wand lasse ich mal stehen wegen dem Öl, damit sich das dann auch mal ein bisschen aufstauen kann. Dann baue... Upsala. Was? Irgendwas passiert. Überflutung. Ja, das ist woanders. Hä? Hat jemand hier Schaden gekriegt? Nee, oder? Nee, alles gut. Ich muss mal ganz kurz pausieren, sonst verliere ich hier wieder den Überblick. Also, das kommt jetzt hier nach unten. Genau, so. Ja. Und dann können wir hier das Blei auch noch abbauen. Blei, Blei, Blei. Das sind alle meine Farben. Blei, Blei, Blei ist alles, was ich habe. Dann los. Vorwärts. Wir brauchen Blei. Wir brauchen mehr Blei, Blei, Blei. Blei, ei, ei, ei. Blei, ei, ei. Zum Bleistift brauchen wir Blei. Na, guck mal, das ist ganz gut. Dann wird hier auch ein bisschen Flüssigkeit abgelassen. Und sickert das so ein bisschen weiter nach unten noch. An sich ist es nicht verkehrt, was hier passiert. Ah, scheiße. Wir müssen ja hier auch noch den Petroleum-Generator ersetzen. Ah, so viele Baustellen schon wieder. So viele Baustellen. Wie viel Stahl haben wir denn jetzt eigentlich? 900 Kilogramm. Wie viel braucht ein Petroleum-Generator an Stahl? 800. Ja, wir können den jetzt ersetzen. Aber das warte ich jetzt nochmal ganz kurz. Das ist jetzt erstmal noch nicht so relevant. Weil wir erstmal die anderen Baustellen jetzt lösen müssen. Beim Wasserstoff zum Beispiel. Kohlendioxid. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein merkwürdiger violetter Stoff? Wie schnell sich das dann aber auch hier einlagert, ne? Guck mal, jetzt haben wir hier schon 2600 Einheiten Kohlendioxid. Kohlenstoffdioxid. Leiterkabel Blei, 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 Kupfer. Starkes Leiterkabel, Kupfer? Nee. Nee, 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 nee. So haben wir nicht gewettet. Warte mal. Nicht das gute Kupfer hier benutzen. Ihr sollt Blei benutzen. Für das starke Leiterkabel. Genau, Blei. Blei wollen wir da verwenden. So, warte mal. Jetzt habe ich noch 300 Einheiten. Da kann ich ja hier schon mal... Nee, warte. Ah, nee, doch. War richtig. Starkes Leiterkabel, Blei. Bis hier hoch kann ich schon mal gehen, genau. Sehr gut. Das war jetzt Freizeit, ne? Ja, die schlafen jetzt. Da müssen wir schnell ein bisschen beschleunigen lassen. Ja, ihr seht schon, es gibt ganz viele Baustellen immer wieder. Wie sieht es mit dem Gas aus? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis der Wasserstoff kritisch wird. Bis das Rohr vollgestaut ist, dauert es noch einen Moment. Und ab und zu läuft ja dann doch der Prozess dann wieder an. Ah, guck mal hier. Das Gas ist auch wieder voll. Alter, unser Gasspeicher ist schon wieder voll. Guckt euch das an. Heftig. Wie schnell das dann immer geht. Wie schnell das dann immer geht, ist das aufgestaut. Da staust du, was? Da staust du. Da kommst du aus dem Staunen nicht mehr raus, kann ich da noch sagen. Ich weiß, heute ist der Tag der schlechten Wortwetze. Es tut mir leid. Es tut mir innerlich leid. Ja? Ich weiß, dass es weh tut. Da müssen wir alle durch. Da müssen wir alle gemeinsam durch. Da müssen wir alle die Zähne zusammenbeißen. Da müssen wir alle den Gürtel enger schneiden. Da müssen wir alle schneiden. Da schneidst du ab, wenn du das hörst. Ich hab mich verklickt. Wie komme ich zum Spielbär? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. U-Turn machen. So. Äh, Moment. Ich muss erst mal sehen, was ich sehe. Ich muss sehen, was ich sehe und machen, was ich tue. Ah, jetzt sehr gut. Jetzt werden die Kabel gebaut. Ausgezeichnet. Wie viel Blei habe ich jetzt bekommen? Habe ich mehr Blei? Ja, ich hab... Ah, 6000 Einheiten. 6000 einer Leider da. 6000... Moment, da kann ich ja jetzt wieder abreißen hier oben. Aha, ich kann dasselbe nochmal abreißen in derselben ineffizienten Art und Weise, wie ich es schon abgerissen habe. Der Wahnsinn. Das ist ja die doppelte Packung hier heute. Guckt euch das an. Der doppelte Trigger. Da kann man mal wieder so richtig auf den Zahn fühlen. Ja. Vor allem, das ist auch voll sinnlos, dass ich da diese Platte einbaue. Egal, ich liebe sinnlose Sachen. Ich liebe sinnlose Aktionen. Wenn es eine Sache gibt, die ich liebe, dann sind es sinnlose Dinge. Guckt es euch an, wie sinnlos es ist. Es ist so sinnlos, dass es mich innerlich freut, dass es sinnlos ist. So, jetzt pass auf. Starkes Leiterkabel. Einmal rüber. Bam. Erledigt. Und jetzt. Ah, jetzt hat er schon wieder aus Kupfer gemacht. Das ist jetzt... Moment. Aus was haben sie das? Blei. Ja, aus Blei soll das sein. Na da. Na da, du, du. Immer wählt er mir hier eine andere Ressource aus. Schweinerei. Das passt mir nicht, sowas. Das finde ich nicht gut. Ich bin nicht dafür. So, warte. Wir machen jetzt... Was hängen wir denn noch da dran? Genau, die ganzen Gasfilter hängen wir jetzt dran. Und die Pumpen hier unten. Der kann weg hier. Wir produzieren keinen Sauerstoff mehr aus Algen. Und außerdem sollten wir den sowieso noch da oben produzieren, wenn überhaupt. Und nicht hier unten. Das heißt, das Ding kann weg. Genauso wie auch die Stromverkabelung weg kann. Und das mache ich natürlich wieder mit großer Freude. Und einem lieben Gruß mache ich das natürlich wieder... Wie sollte ich es auch anders machen? Indem ich jedes Kabel einzeln abreiße. Das ist schon ein Running-Gag hier. Ich kann gar nicht mehr anders. Das ist wie der Sofa-Gag bei den Simpsons am Anfang. Ich muss das ausschlachten... Bis zum geht nicht mehr. Das ist jetzt mein Schicksal, ja. Ich kann mich nicht mehr dagegen wehren. Es geht nicht. Ich kann mich dieser... Verlockung nicht verschließen. Es ist völlig unmöglich geworden, etwas anderes zu tun. Nice. Lauft! Rettet euch! Na, haben wir jetzt wieder mehr Blei? Also hier unten ist jetzt ordentlich Blei zusammengekommen, glaube ich. Wenn sie jetzt auch noch hier unten ankommen, dann haben wir richtig viel Blei. Und auch hier ist ganz viel Blei. Und das ist ja der Schutzanzug-Bereich auch noch. Neue Druckerzeugnisse sind verfügbar. Gucken wir doch mal nach. Was haben wir bekommen? Bah! Kleine, dicke, fette Wesen, die komisch gucken. Nein, das weisen wir alles ab. Das wollen wir nicht haben. Ich will keine komisch guckenden kleinen, dicken Wesen, die komisch gucken. Das wurde mir auch schon gesagt. Ich soll diese Filzläuse nicht in die Base holen. Das ist nicht gut. So, jetzt bin ich G-spannt. Ich bin nicht C-spannt oder F-spannt. Ich bin G-spannt. Ob sie das jetzt bauen. Blei ist genug da. Los, gebt mal hier ein bisschen Gas. Also, nicht wörtlich nehmen jetzt. Gas haben wir ja eigentlich schon genug. Das ist ein bisschen viel schon. Wir müssen wahrscheinlich sogar unser Lager ein bisschen vergrößern noch. Unser Gaslager. Das ist noch zu klein jetzt. Aktuell. Wie sieht es denn aus mit Sauerstoff? Sauerstoff sieht gut aus. Ja, jetzt ist hier der Raum auch schon wieder schön gesättigt. Guckt euch das an. Hervorragend! Jetzt ist Luftdruck kein Problem mehr bei Nahrungsproduktionen. Ich muss noch mal gucken. Warte mal. Genau, jetzt muss ich hier... Warte da hochlegen. Und Hoodoo machen. So. Na! Stopp! Pause, Pause. Ich muss das mal in Pausenmodus machen. Da bin ich nicht ständig abrutsche hier. Dö, 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 dö. Genau, das ist auch meine Rede immer. Dö, 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 dö. Da geht alles viel leichter mit Dö, 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 dö. Und dann das hier noch zerlegen. Und dann können wir da mit dem Kabel nach unten. Ah, warte mal, da kommen sie gar nicht hin. Okay, Moment. Wie lösen wir das denn jetzt? Äh, da machen wir mal. Da haben wir ja keine Tür mehr da drin. Haha. Da müssen wir das zerlegen auf Priorität 6. Und dann macht man da einfach neben dem Ding da. Das müsste eigentlich gehen. Machen wir eine Leiter hin noch. Dö, 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 dö. Dö, dö, dö. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Dö, dö, dö. Ich glaube, das Ding steht schon auf einem stabilen Untergrund. Und das Ding auch. Da müsste es eigentlich gehen. Mal gucken. Werden wir ja gleich sehen. Wie sie da drin die Luft anhalten müssen. Herrlich. Zu gut einfach. Ja, jetzt müsste es... Ja, 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 passt. Sehr gut. Da wird kein Gerät ausgeschaltet oder so. Das passt also. Dann können sie nämlich da unten rein. Können das da bauen. Und dann läuft das. Und atmen können sie sogar auch. Der Wahnsinn. Ja. Vereilen müssten sie sich nur mal ein bisschen. Weil, äh, ja. Es ist schon wieder Freizeit. Und lange Freizeitphasen sind nicht gut. Sind sogar sehr schlecht. War das nicht sogar so, dass diese, diese starken Leiterkabel, die können ja nur von bestimmten Leuten, die die Fachkräfte sind, ähm, gebaut werden. Die Elektro-Fachingenieur haben irgendwie. Warte mal. Vielleicht können wir ja noch jemanden Elektro-Fachingenieur geben. Hier, warte mal. Hier, sie hier. Guck mal. Sie hat einen Fertigkeitspunkt. Wo, wer, was war noch mal Elektrotechnik? Hier, wo war denn das? Hier, Elektro... Verbessertes Basteln. Müssen wir mal schauen, dass wir ihr auch Elektrotechnik geben, weil sie hat auch verbesserten Bau. Dann kann sie nämlich diese Kabel auch bauen. Ganz wichtig. Hier geben wir mal Feldstudien noch dazu. Feldstudien, ja, nicht vergessen. Und Atensik? Atensik kriegt auch mal Elektrotechnik. Dann kann Atensik nämlich auch diese Kabel verlegen jetzt. Und Ari? Ari kriegt, äh... Ari kriegt erstmal noch nichts weiter, weil, äh, sie ist auch schon ganz schön hart am... Am stressen. Deswegen. Müssen wir mal ein bisschen gucken jetzt. Genau. Dann kann Atensik auch diese Kabel bauen. Und, ähm... Je mehr Leute diese Kabel bauen können, desto schneller geht das ja. Das war ja immer das Problem, genau. Das war nicht, dass sie zu langsam sind, sondern dass sie zu doof sind, die Kabel zu bauen, weil sie nicht die Ausbildung haben, weil wir nicht genug Fachkräfte haben. Wir haben einen Fachkräftemangel gerade. Und da sehen wir jetzt natürlich, was ein Fachkräftemangel für... Konsequenzen hat, was das für Auswirkungen hat, ja? Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Was da passiert? Wie schlimm das ist. Da werden nämlich keine Stromkabel mehr verlegt. Ja, dann kann man den Strom nämlich nicht mehr vom Norden, wo der grüne Strom produziert wird, in den Süden verlegen. Und dann hat man das Problem, dass der Süden nicht genug Strom hat und der Norden hat zu viel. Und wenn man das dann auch nicht zwischenspeichern kann, dann hat man, ja, eine Energiekrise. Und das muss man verhindern. Und deswegen brauchen wir Fachkräfte. Boah! Diese Parallelen zum realen Leben in diesem Spiel, ja, die sind auch echt krass, wenn man sich das mal so vorstellt. Wie viele Parallelen es da gibt. Unfassbar. Und deswegen mag ich dieses Spiel so. Ja. Zu viel Industrie, ja. Zu viel alte Industrie erhöht die Temperatur. Genau wie im realen Leben auch. Wenn man nicht für einen Ausgleich sorgt. An irgendeiner Stelle. Bau doch die Pump... Pumpspeicherkraftwerk, genau. Pumpspeicherkraftwerk wird gebaut. Meine lieben Freunde. Meine lieben Freunde. Für den Aufbruch. In der Energiewende. Der Wahnsinn. Ah, jetzt hier. Jetzt läuft das. Langsam, aber sicher läuft's. Boah, hier staut sich schon das Dreckwasser. Beeilt euch mal! Kann ja wohl alles nicht wahr sein. Kann ja wohl nicht sein. Wir müssen schneller werden. Wir müssen viel schneller werden. Was steht denn hier da rum? Arbeiten! Oh, Mann, schön! Ich glaub mein Schwein pfeift! Ich glaub hier mein... Papa! Ja okay, schön den Urin da unten reinleiten. Ist ist okay, ist okay. Alles erlaubt. Wie sieht's eigentlich, apropos Wasser? Wie sieht's eigentlich da aus? Äh, falscher Reiter. Oh! Oh mein Gott! Okay, wir sind schon am Puffer hier angekommen. Ich glaube, ich muss mal wirklich jetzt das Ventil fürs Trinkwasser aufdrehen. Sonst haben wir irgendwann wirklich das Problem, dass hier die Toiletten-Dings sich hier rückstaut. Müssen wir mal schnell machen. Das Wasser sollte jetzt ja eigentlich auch keimfrei sein hier. Verschmutztes Wasser. Ja, es ist keimfrei. Genau. Dann lassen wir das jetzt mal weiter durchlaufen hier an der Stelle. Besser ist es. Nicht, dass wir hier schlimme Überraschungen erleben. Yeah. Sehr gut. Hier haben wir schon mal den Filter jetzt wieder aktiviert. Aber ist schon krass, wie langsam sie sind. Das muss man wirklich mal sagen. Aber ich glaube, diese Zentralleitung ist schon wichtig auch. Weil das führt halt wirklich dazu, dass wir eine stabilere Stromversorgung haben. Und dass wir weniger Probleme mit Überlastungen bekommen. Ist halt ja, wie gesagt, wie man sehen kann, es ist halt teuer. Wir müssen halt fortschrittliche Metalle benutzen. Um diese Leitungen zu bauen. Und Blei wird uns halt auch irgendwann ausgehen. Ja, so viel Blei ist das jetzt hier eigentlich gar nicht, was wir da haben. Das ist auch irgendwann alles weg einfach. Das muss man alles auf dem Zettel behalten. Ist schon eine ganz schöne Ansage. Ich glaube, das hier sind alles so kleine Lücken dazwischen. Ja, die haben eine niedrige Prio. Jetzt müssen wir denen mal hier wieder sagen, dass sie da bitte doch mal schneller sein sollen. Das wäre mal ganz nice. Und genauso auch hier. Sonst kümmern sie sich wieder um andere Sachen die ganze Zeit und machen das nicht fertig. Alles schon gehabt hier. Kennen wir doch alles. Die schaffen mit einer Konsequenz den Urin hier rein immer. Unglaublich. Schön auch volle Ladung Urin mal einmal rein da. Bäm. Wie sieht es denn hier oben aus eigentlich beim Weltraum? Weltraumeinwirkung. Wir sind am Weltraum angekommen. Da oben ist der Weltraum. Wir haben es geschafft. Genau. Ich habe hier jetzt schon mal was vorbereitet, um weiter nach oben zu kommen. Habe ich jetzt hier mal so einen Überhang gebaut aus durchlässigen, wasserflüssigkeitsdurchlässigen Ziegeln. Das heißt, ich grabe mich jetzt hier einfach mal weiter hoch. Sodass das Wasser dann hier reinläuft. Los geht's. Wir wollen zum Weltraum. Oh Gott, da ist natürlich noch so ein riesiges, riesiges Ding. Warte mal, dann machen wir das mal nur bis hier hin. Und wenn das dann abgelaufen ist, dann gehen wir dann hier rüber. Und graben dann hier hoch. So sieht es aus. Dann können wir hier Luftschleusen bauen. Also so Luftschleusen im Sinne von Anzugstationen. Wo sie dann sich einen Anzug anziehen und dann nach oben zur Oberfläche gehen können. Geil. Geil, 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 meine lieben Freunde. Geil, geil, geil. Es wurde auch schon gesagt, ich soll mal so ein Transportrohr bauen nach oben. Das können wir auch machen. Allerdings braucht jede von diesen Transportrohrstationen, die man bauen kann, hier, die brauchen leider 960 Watt pro Station. Das wären also schon 2000 Watt, wenn man einen Eingang und einen Ausgang baut. Das bedeutet, wir brauchen ja noch für die Schutzanzugstationen noch Reserven. Das heißt, wir brauchen ganz viel Strom. Und der Strom soll dann kommen, wenn wir den Kühlkreislauf noch ein bisschen verbessert haben. Von dieser Anlage hier, wenn wir da oben noch Dampfturbinen aufstellen. Das ist, das ist so der Plan. Jetzt muss ich aber noch eine Sache checken. Wir hatten jetzt nämlich, zwischendurch, äh, hatten wir hier nämlich das Kühlwasser rausgeleitet. Jetzt lasse ich das hier mal wieder, mache ich das hier mal wieder zu. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken, wie sieht's wassertechnisch aus. Wenn der Tank hier leer gelaufen ist, dann müssen wir mal reagieren, dann müssen wir mal wieder hier zumachen. Ich hoffe, ich vergesse das nicht wieder. Genau, ich lasse das jetzt erstmal hier offen, damit die Toiletten nicht volllaufen, das ist ganz wichtig. Das muss immer mal ein bisschen was nachrutschen, sonst haben wir hier ein Problem. Ähm, jetzt wollte ich noch was anderes machen. Genau, jetzt wollte ich, ich wollte, ich wollte, ich wollte noch Kühlwasser reinleiten. Genau, in den Kühlwasserkreislauf. Aber wir wollten jetzt Salzwasser dafür nehmen, genau. Das heißt, wir wollten hier oben Salzwasser noch zusätzlich abzweigen und in den Kühlkreislauf einfüllen. Das heißt, wir brauchen hier wieder ein Flüssigkeitsventil mit einem entsprechenden Eingang. Und das ist ja hier unser Kühlkreislauf. Das heißt, wir müssen da jetzt mal hier an der Stelle das Ventil bauen. Dann das, äh, ich nehme ein isoliertes Rohr am besten. Das isoliertes Rohr hier rein und dann entsprechend hier unten rein. Weil dann können wir nämlich Salzwasser benutzen. Salzwasser hat nämlich einen, in den tieferen Gefrierpunkt. Also das gefriert bei einer niedrigeren Temperatur. Und damit können wir mehr Kühlkapazität erzeugen, wenn wir Salzwasser statt normalem Süßwasser benutzen, um zu kühlen. Das bessere wäre sogar noch verschmutztes Wasser, glaube ich. Weil das hat noch einen tieferen, wobei ich das ehrlich gesagt merkwürdig finde, dass Schmutzwasser diesen Effekt hat. Aber okay. Auf jeden Fall müssen wir das so machen. Ist eine andere Baustelle, die wir auf jeden Fall auch haben. Also wir müssen quasi mal unseren Kühlkreislauf vernünftig vollkriegen jetzt. Damit das halt, ja, auch alles ein bisschen schneller geht. Genauso wie mit den Kabeln hier. Es ist alles, sei es nicht so ohne, ey. Was? Arbeitszeit. Ich wollte gerade sagen, haben die Schmiererfreizeit? Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Genau. Denn das dient ja alles dem großen Ziel, endlich noch näher an den Weltraum ranzukommen. Das ist ja das Ziel am Ende. Dass wir mehr, mehr Weltraum bekommen. Ist das hier eigentlich unter Druck? Ja, das steht unter Druck, das Öl. Da müssen wir aufpassen, das schießt dann nach oben, wenn wir nicht, wenn wir da nicht vorsichtig sind. Aber ich will hier an das Blei ran. Deswegen muss ich das jetzt gerade mal hier in Kauf nehmen, dieses Risiko. Ich will an das Blei ran. Ich will mehr Blei. Wir brauchen mehr Blei. Herr Tensig freut sich. No, 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 no. Oh, die tragen ja da... Ah, jetzt kommen die Leitungen hier erstmal dran. Genau, das ist auch gut. Boah, das ist immer noch nicht fertig hier, ey. Ja, die müssen halt immer erst bis ganz nach unten, müssen sich halt hier dann erstmal das Blei rausholen. Ne, das ist nicht so ohne. Nein, bitte sagt mir nicht, dass ihr jetzt da an das Blei nicht rankommt. Warte mal, da müssen wir das wegmachen. Müssen wir das alles wegmachen da oben, sonst kommen sie an das Blei nicht mehr ran. Ja, sehr schön. Wie sie da einfach so mit ihren Schutzanzügen durchs Öl durchlaufen. Das ist schon irgendwie ein bisschen geil. Ja, sehr schön, genau. Nice. Nice, ja. Hauptsache ist, sie kommen da ran und Hauptsache sie fallen nicht runter. Die Frage ist jetzt, wie verhält sich dieser Block? Hält der dem Druck stand oder nicht? Das ist halt die Frage. Jetzt haben wir hier natürlich auch wieder mehr Kapazität für Kohlendioxid, ne? Weil das sinkt jetzt natürlich hier auch wieder rein. Man kann sich dann hier wieder ansammeln, nicht schlecht. Oh, hier wird die Luft schön gereinigt, guck mal. Wir haben hier schon... schon was gereinigt jetzt. Da kriegen wir auch wieder mehr Schmutzwasser. Wir kriegen wieder mehr Schmutzwasser, das heißt wir kriegen wieder mehr Wasser. Na, wenn das mal nicht bedeutet, dass wir hier gleich ein Problem haben. Mit Rückstau und so. Aber wir haben ja hier ein großes Auffangbecken. Das hatte ich ja extra auch nochmal vergrößert, genau aus diesem Grund. Weil ich mir das nämlich schon gedacht habe. Kommt da verkeimt... Warum ist das verkeimt? Weil da noch ein Teil verkeimtes Wasser drin war. Aber das ist nicht so schlimm. Ihr habt mir ja schon erklärt, wenn da nicht wieder neue Keime hinzukommen, dann sterben die da irgendwann in dem Wasser. Also das ist okay. Nur wenn immer wieder neue Keime dazukommen, ist das ein Problem. Genau. Oh, das wird hier brüchig. Guckt mal, das hält dem Druck von dem Öl hier nicht stand. Das heißt, wir werden wahrscheinlich demnächst einen Durchbruch erleben. Ich werde jetzt einfach mal... Ich werde da jetzt einfach eine Leiter nach unten bauen. Pass mal auf. Dann können wir uns das Blei da noch holen. Famous Last Swords. Pass mal auf. Immer wenn das hier so rissig wird, dann heißt das, dass das Material bald nachgibt. Das kann dem Druck des Öls... Das sind 3400. Ich bin mal gespannt, wie weit das hochdrückt. Wir haben ja hier zum Glück genug Platz wieder. Wenn es jetzt hochdrücken würde, wäre das erstmal nicht schlimm. Wir haben genug Volumen hier, dass wir... Wir können auch theoretisch das hier noch wegmachen. Dann haben wir noch mehr Volumen. Dass das sich da lagern kann, eigentlich. Das ist nur ärgerlich, wenn wir noch nicht ans Blei rankommen. Haben sie jetzt hier mal die Leitungen gebaut? Sind die Leitungen hier schon wieder auf einer... Ja, die sind ja auch nur auf 5 hier. Scheiße! Ihr müsst das bauen da! Gott damn it! Aber wie sie es auch ignorieren, wenn es nicht auf Priorität 6 ist? Ich finde das so geil. Konsequent wird das einfach nicht gemacht. Nee, ist nicht die richtige Priorität! Lass mich doch in Ruhe! Lass uns doch in Ruhe mit deiner Prio hier! Ah, das ist nicht unsere Prio! Das ist vielleicht deine Prio, aber nicht unsere! Die Priorität! So, warte mal jetzt hier. Äh, Blei, wie viel haben wir denn noch? Ich möchte gerne die starke Leiter noch ein bisschen weiter nach oben bauen. Weiter! Immer weiter mit der Leiter! Hier diesen ganzen Strang könnte man doch theoretisch auch noch mit dranhängen. Da hängt doch momentan, ja, nichts dran, was aktiv irgendwas verbrauchen würde. Und wir haben ja hier noch, an dem dicken fetten Kabel, wie viele Reserven haben wir denn da noch? Da haben wir jetzt 1008 Watt, Kilowatt, also 1008 Watt, ja, und 1,08 Kilowatt. Das heißt, immer noch nicht die Kapazität der beiden Anlagen tatsächlich. Und wir verbrauchen ja auch nicht permanent. Das heißt, da können wir tatsächlich jetzt sagen, wir nehmen jetzt hier mal, diese Leitung, die nehmen wir jetzt hier mal weg. Da können wir dann wieder was anderes dranhängen, würde ich sagen. So, zerlegen, 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 nicht die Gaspumpe zerlegen, die lassen wir mal stehen, ne? Hier wird es nur ein bisschen jetzt schwierig, da kreuzen sich die Ströme so ein bisschen. Das ist nicht ganz so einfach jetzt. Also der Umbau des Stromsystems, ja, das ist jetzt so unsere Mission gerade. Mehr zentrale Stromleitungsversorgung, Umleitung. Umleitungs, Leitungsversorgung. Das ist so toll. Äh, oh, warte mal, mir fällt da noch was anderes auf. Ist das hier eigentlich zu? Ja, okay, gut. Das Ventil darf auf gar keinen Fall offen sein. Ha, Moment, ich wollte vorher noch die, äh, die, äh, die, genau. Das wollte ich eigentlich noch abreißen hier. Damit hier kein Salzwasser, egal, wir dürfen einfach das Ventil hier nicht aufmachen. Oder warte, ich mach hier einfach direkt, ich mach einfach die Leitung weg, hier unten. Weil ich will da eigentlich gar keinen Auslass haben jetzt hier hin. Das ist jetzt ja Salzwasser und kein Frischwasser mehr. Hat sich das jetzt schon vollge... Ach, wie schnell das geht. Okay, ich glaub, ich glaub, wir machen jetzt mal hier das Ventil zu. Und da stell ich gleich mal die Prio hoch. Dass sie das schnell machen, bevor sie schlafen. Damit das hier nicht komplett durchsteuert. Weil sonst staut es sich nämlich und dann läuft nichts mehr durch, glaub ich. Dann läuft es nicht mehr im Kreis. Das wär nicht so geil. Hoffentlich machen sie das noch, bevor sie schlafen gehen. Es muss ja im Kreis laufen können, dass die Flüssigkeit da... Haben sie es gemacht? Ihr müsst das machen! Höhere Prio! Jetzt, oder? Jetzt hat's, glaub ich... Ja, okay, jetzt haben sie es gestoppt. Sehr nice. Wie viel Temperatur hat das? Wenn das hier unten rauskommt? Radiatorrohr, Salzwasser bei 31 Grad. Okay. Dann gucken wir mal, wie viel Temperatur das hat, wenn es gekühlt wurde. Salzwasser bei 5 Grad. Ah. Das ist natürlich schon sehr kalt. Wir müssen, glaub ich, mal schauen, wenn das einen kompletten Durchlauf mal gemacht hat. Ob das dann auch so nah an 5 Grad rankommt. Aber es müsste besser sein, als mit dem Frischwasser eigentlich. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall sollte der Kühleffekt jetzt noch stärker zum Tragen kommen. In der Base. Sollte jetzt noch besser durchkühlen alles. Gerade hier unten sollte eigentlich noch mehr passieren. Und wir wollten, ja stimmt, wir wollten den Kühlstrom ja auch noch umlegen. Also die Kühlleitung. Damit die hier zentraler nach unten durchgeht noch. Ah. Moment. Das können wir gleich mal in Angriff nehmen eigentlich. Können wir gleich nochmal hier direkt machen. So, die geht ja momentan da lang. Da so rum. Wir teilen die hier mal auf. Und leiten die mal hier so noch runter. Parallel. Würde ich sagen. Und zwar vielleicht mit dem... Oh Gott. Mit dem Iso-Rohr. Warte. Ja, Pause, Pause. Mit dem Iso-Rohr bis hier hin. Und dann hier hin. Und ab hier kühlen wir dann. Mit einem Radiator-Rohr. Und auch da braucht man natürlich wieder Blei. Ja genau. Den habe ich aus Blei gebaut. Stimmt. Tja, das ist nicht so einfach hier. Mit dem, ähm... Mit den Radiator-Rohren. Aber, wenn wir das so machen. Und auch bis ganz nach unten das dann wieder durchziehen. Sollte der Kühleffekt eigentlich sehr deutlich sich nochmal verbessern. Genau. Wenn wir das hier wirklich komplett... Und dann hier unten wieder reinfüllen. Ganz wichtig. Dass es dann hier wieder mit in den Kreislauf gehen kann. Dass es sich quasi an einer Stelle einfach aufteilt. Und ein Teil fließt hier lang. Anderer Teil fließt an die andere Seite lang. Oh Gott. Da wird das Blei schon wieder eng. Aber wir haben ja noch eine große Blei-Quelle. Die wir noch nicht erschlossen haben. Null. Bitte sagt mir jetzt nicht, dass er das jetzt hier an der Stelle aus einem anderen Material gebaut hat wieder. Warte mal. Blei, Blei, Blei. Ne, es hat genau ausgereicht. Nicht schlecht. Okay. Dann hoffe ich mal, dass sie hier schnell hinkommen. Ah, jetzt ist es hier schon geplatzt. Guckt mal. Das Öl ist aufgeplatzt. Und da blöbbelt es jetzt nach oben. Und das Salzwasser verdampft hier jetzt schon. Weil das jetzt so heiß ist, was von hier unten nachkommt. Dass das Salzwasser zu Dampf wird. Auch interessant. Was hier alles passiert, meine lieben Freunde. Hier ist jetzt alles in Bewegung. Und an der Stelle ist diese Folge Oxygen Not Included auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu diesem Let's Play, sondern auch zu anderen Projekten. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.